Erstmal ein Skandal, dass er früher abhaut natürlich. Spaß beiseite, freut mich riesig für den Jungen, dass der jetzt in die Nationalmannschaft von Österreich berufen wurde. Ist auch eine Auszeichnung für ihn, was er für eine tolle Leistung bis jetzt in der Saison gezeigt hat. Und es freut mich für den Jungen. Ich hoffe, dass er gesund und munter wiederkommt.